Die Gemeinde Appenzell informiert darüber, dass einige Berggasthäuser teilweise geschlossen sind und zwei Wanderwege aufgrund von Sturmschäden bzw. Holzarbeiten gesperrt sind. Ab ca. 18.00 Meter über Meer hat es geschneit, die Sicherungsseile in höheren Lagen sind bereits demontiert und die Berggasthäuser teilweise geschlossen. Schuhe mit griffiger Sohle, allgemein gute Ausrüstung und die nötige Aufmerksamkeit sind notwendig. Die offenen Berggasthäuser und Luftseilbahnen können online eingesehen werden. Die Wanderer werden aufgerufen, verantwortungsbewusst in der Natur zu verweilen und ihr Sorge zu tragen. Die Gemeinde erinnert daran, dass die Begehung der Berg- und Wanderwege jederzeit auf eigene Verantwortung erfolgt. Der aktuelle Wetterbericht ist ebenfalls online aufgeschaltet. Der Wanderweg-Abschnitt Unterrain, Sonnenhalbstrasse, Ochseneck, ist wegen Sturmschäden und Räumungsarbeiten bis Mitte November 2023 gesperrt. Wanderer sollen via Schlössli oder via Sonnenhalbstrasse, Rechbüll zur Ochseneck wandern. Der Pfeff- und Lichtweg-Abschnittmittlere Schlepfen, Kochs, ist wegen Holzschlags bis Ende November 2023, jeweils von Montag bis Freitag, gesperrt.